Hallo, ich bin der Clemens vom Weingut Hans Igl aus Deutschkreuz im Mittelbrunnenland. Wir sind im Schaflerhof und ich würde euch gerne den Schaflerhof zeigen, also kommt mit. Der Schaflerhof, das ist als Wirtschaftsgut gebaut worden vom Schloss Deutschkreuz, also um 1700. Und das war eben für die Schafzucht, deswegen auch der Name Schaflerhof. Wir haben es dann 2004 übernommen und haben bis 2009 einen Pariskeller daraus gebaut. Uns im Weingut Hans Igl ist es sehr wichtig, dass jeder Rotwein im Holzfass drinnen liegt. Während der Wein in den Paris lagert, kann man auch Feste feiern im Schaflerhof. Nämlich hinter mir im Degestationsraum ist vorbereitet für Hochzeiten, Seminare, Weinverkostungen. Man nennt das Mittelbrunnenland ja auch das Blaufränkischland und das wird hochgehalten da in Deutschkreuz oder in Mittelbrunnenland. Aber speziell auch bei uns, weil es uns sehr wichtig ist. Mein Opa, der Hans Igl war ja einer der Rotwein-Pioniere in Österreich und hat einfach das Potenzial vom Rotwein in Deutschkreuz erkannt. Der Opa, wenn ich da eine Anekdote sagen darf, der hat immer gesagt, Fim ist eine gute Flasche Wein, wenn man noch eine oder eine zweite haben will. Also nicht unbedingt die Menge, aber dass man nicht noch ein Glas erschlagen wird, sondern dass der so gut schmeckt, dass man da einfach mehr haben will. Und das ist für uns ein guter Flaschenwein.